Franky Fitz Fitzgerald ist ein englischer Schauspieler. Seine bisher bekannteste Rolle spielte Fitzgerald 2004 im Film Troja als er die Rolle des Ineas übernahm, der mit seiner Familie aus dem erstürmten Troja floh. Von 2006 bis 2007 spielte er in mehreren Folgen in der englischen Fernsehserie Dream Team mit. Filmografie 2000 EastEnders Return of Nick Cotton 2000 zu 2001 EastEnders 2001 zu 2003 Harry N. Kosch 2002 Casualty 2004 Troja 2005 The Step 4 R 2006 zu 2007 Dream Team 2007 London Love Story 2007 G.I. Johnny Shorts 2008 H.E. Kills Coppers 2009 The Crime Wave 2011 Storm House 2012 Holby City 2013 London Irish 2021 Theze up но Presenters Insom